äh, da könnt ihr natürlich auch gerne mitspielen, wenn ihr denn schon Whiteliste-Zeit und so aber, äh na, das, äh warum aber? ich weiß nicht das ist gerade irgendwie so angeboten, aber zu sagen so, bekommen wir das noch fertig? das könnte sich ausgehen, ne doch nicht doch ne doch nicht, wollte ich das nicht sagen hab ich doch gesagt, ich weiß es besser als jeder andere denn ich bin cool da, 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 hallo ah, jetzt bin ich ein Huhn, oder was? ne, kann doch so nicht sein das kann doch so nicht sein Mensch Spinne so, Jungle Hood möchte ich Also, was? Ich habe jetzt wieder Planks? Hallo? Was ist denn los hier? So. Machen wir das generell ein bisschen runder hier. Ach komm, machen wir mal ein bisschen runder hier. Dann gehört das weg, würde ich sagen. Und dafür haben wir dann hier dieses. Und da so ein bisschen. Ähm, ja. Okay. Unser Häuschen ist verwundbar. Es ist zu grauenhaft. Komm. Wir lassen halt dich jede hin. So hier. Nee, ich wollte das eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, was es mit dem komischen Crafting Grid hier auf sich hat. Aber wie gesagt, ich vermute mal, dass man da Items reinwerfen muss. Und dann irgendwie so craften oder so. Ich weiß es nicht. Ach so, da stand ich glaube ich auch dabei, von welchem Mod das war, ne? Von welchem Mod, je nachdem. Was denn für einen persönlich richtig sein will. Ähm. Natürlich ist es abgebaut. Ganz klar. Hier diese. Äh, ich werde die ja nochmal hier irgendwie hinpflanzen. Zack. Nee. Ja, gut. Habe ich mich getäuscht? Okay. Okay. Ich möchte hier natürlich nicht zu viel abbauen, denn, äh... Ne, wir haben jetzt hier schon ein bisschen was an Fläche gehen, Himmel entblößt. Ähm. Das heißt, ich werde einfach mal hier Richtung Wald rüber gehen. Richtung normalen Wald. Wahrscheinlich wird hier in der Zwischenzeit alles hochgesprengt, aber gut. Übrigens, ich werde auch mal ein bisschen ein Stückchen nehmen. Denn, ich nehme jetzt immerhin schon fast zwei Stunden auf. Ohne Pause. Das ist schon wieder so ein Giftzumpf. Also nicht da, sondern da. Da wieder mal meine Hand gegen die Maus gestoßen. Warum auch nicht? Ich meine, kann man ja machen. So, ein bisschen weiter weg gehen wir natürlich. Was ist hier das rosa Ding? Achso, genau. Ich wollte so noch schauen, was es für äh... Bäumchen sind, die mir da die ganze Zeit frönen. Oder der Sonne frönen wir immer. Wenn ich noch irgendwo was... Ja, ich höre es doch. Ich höre dich doch. Achso, nee, das war was anderes. Das war ein Bäumchen. Was ihr gesehen habt. Da ist es. Hier versteckt sich das Schweinchen. Kommt nicht weg. Oh, die sind putzig. Aber tot. Tot sind die am putzigsten. Ja, wieder irgendein Bogenschütze. Wie man es... Oder ein Skeletz. Wie man es... Da war kein Bogenschütze unbedingt. Wie man es keltig. Und es hat mich getroffen, dieses Sau. Ist das? Blockleaves Name von Natura. Da ist es. So, ähm... Ich möchte... Also, ich wollte eigentlich noch Holz abbauen hier. Äh, und für die Tools werde ich eigentlich Jungleboot das nehmen. Irgendwie ein bisschen vergessen, dass ich das eigentlich nehmen wollte. Sakura. Also, das sind dann Sakura. Was? Hier zeigt es mir an und da drüben nicht? Oder wie? Ha? Warte mal, irgendwas. Ist es einfach noch nicht geladen gehabt? Also, hier. Blockleaves Name. Zeigt es wieder nicht an. Oder ist es schon zu weit weg von... vom Sakura... Stängel? Von Stängel? Ne, jetzt aber mal nicht mehr. Hier, ne. Ach, hier unten? Jetzt... Ne. Ach, ich hab keine Ahnung. Ach, jetzt ist schon wieder Nacht, ja? Komm, geh sterben! Geh sterben! Gut. Den Hund können wir uns dann auch schon fangen. Vorteilhaft. Zum gewissen Grad zumindest. Äh, wir haben ja jetzt so das Fackeln, die ich noch nicht verwendet habe nach wie vor, aber... Okay. Und ein bisschen voll wie Popcorn, wenn ich hier so um die Ecke gehe und dann es nicht reinstopfe. Ich wollte eigentlich hier abbauen, ne? Ne, hab ich jetzt vergessen. Holz, Oak, Wood. Ich weiß, Thomas, was ist das noch, äh... Zwischen die Kiemen. So, mein Knochen ist schlecht, äh... Schlecht Volt, äh... Schlecht Volt abbauen. Holz mein ich. Aber... man kann's mal probieren. Wer weiß, wer weiß, vielleicht funktioniert's ja ganz gut. Ach, nach wie vor hab ich hier ein schönes Lüftchen, das so um mich rumweht. Also, äh... Von der Maschine, nicht von mir. Ähm... Und... Mich kühlt. Das mag ich. Bin ich angenehm. Das ist natürlich, dass hier dann wieder die ganzen Saplings verloren gehen werden. Oder auch nicht. Ah, hier ist eine Höhle. Wo es gleich wieder rausgeht, anscheinend. Ja. Okay. Dann gehen wir halt zu den nächsten hier Oak... Baum. Und mein Oak ist Eiche, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, ne? Die... Ich bin nicht so gut in der Baumlehre, falls sich das jemand jetzt fragt, warum ich das nicht weiß. Wo das auch jeder weiß. In der Baumlehre bin ich weder des Deutschen noch des Englischen so richtig mächtig. Von daher seht mir ein bisschen Unwissenheit. Äh... Ne, nicht Unwissenheit, Unwissen. Ein bisschen Naivität nach... was dies anbelangt. So, wenn man zumindest ein bisschen Sakura-Bäume, wofür auch immer die gut sind, sehen wir wahrscheinlich einfach hübsch aus. Da kann man ja auch nichts dagegen sagen. Dürfen sie ja auch, ne? Darum soll was nicht hübsch aussehen. Muss ja nicht alles funktionell sein, ne? Ist klar. Nehme ich mal anders oder so. Kann es irgendwie sein, dass, äh, verschiedene Biome verschiedene, äh, Ressourcen-Aufwände haben irgendwie. Mir kommt es irgendwie vor, dass, äh, ne? Während hier drüben eben Magic Forest, dann ist im magischen Wald, dann, äh, meine Frames irgendwo bei 30, 40, 50 rumgurken, habe ich hier oft mal 90. Und Lex kann man nach wie vor random, also, na ja. Da fällt sich gerade ein, dass ich vor zwei Stunden oder so mal auf eineinhalb Stunden, ich weiß nicht, ich habe mich auf die Uhr geschaut, dass ich da mal jemand, der mich aufs Team angeschrieben hat, dann einfach dreist, zudem das wird es mit einem jetzt sei mir das auch gerne hier die blüten und die blätter nach wachsen lassen musste aber nicht mehr mal so nebenbei gesagt alles freiwillig bei mir wie immer Ja gut, dann Wie viel Holz haben wir jetzt hier? 23 nur was? Das kann doch nicht sein, oder? Ja, obwohl das war eigentlich viel Ich gehe jetzt draußen mal zurück Zu unserem Zuhause Das ja noch im Aufbau ist Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Oh, nicht so gut Ach, hier mal auch noch abgebaut hier Ach ja, ja, ja Die spawnen ja nicht, weil hier noch ein anderer Baum ist Und dann muss ich das jetzt mit Hand hier alles machen Ein bisschen Handarbeit kann ja auch nicht schaden Manchmal ist die Handarbeit ganz gut Nee Das habe ich nicht gesagt Ah, nicht schon wieder so Oh Gott Ich mag es irgendwie nicht Ich schaue nicht so gerne Männer in Strings an Ich nehme mal an, es ist ein Mann Es ist halt nicht so weiblich aus Nee Nicht wirklich, oder? Seid ihr so ein Raging-Ding? Nee Komm, lauf Ich kann nicht laufen, warum nicht? Komm, geh weg Weg, 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 weg Weg, weg, weg Komm Och, Gott Was? Nein Nein, weg, hier, weg, hier Nein Geh weg, 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 weg Geh weg Geh weg No Ich hasse es Diese kleinen Missgeburten Ach so, Late at the time Kann man, glaube ich, gar nicht löschen, ne? Ja Okay Weißt du, der Hunger weiter bleibt? Sehr fies Muss ich da rüber, um nicht mein ganzes Zeug verloren zu haben Ist ja nichts wertvolles, aber doch hier irgendwie Nein, geh weg Geh weg Du auch, geh weg Geht alle weg Spinnen, Zombies, was auch immer, geht weg Ach, jetzt haben wir hier dann wieder die Zombies Oh, Gott Nein Nein Ich hab so Pech, wenn es sowas angeht Ich hasse es Ich hasse es, ich hasse euch Geht mir nicht auf den Senkel hier Komm, geh weg, weg Nein, hallo Geh weg, hallo Nee Bin ich schon wieder sterben Komm, geh weg Nein, nein, nein Geh weg, 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 weg Weg, 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 weg Ich werde mein ganzes Zeug verlieren Juhu Was ist denn das für ein Scheiß jetzt hier? Das habe ich die ganze Zeit Hunger Kann ich nicht mal mehr zu meinem Ich könnte diese Töten alle Wenn ich nur die Möglichkeit hätte Komm, geht weg Komm, ersauf doch hier Spinnen können nicht schwimmen, hallo Er sauf doch Na Ihr meint vielleicht, dass mich die Situation gerade so ganz klein wesentlich hier anfasst Immer noch ein Slime direkt im Wasser Auch nett Jetzt kommen sie aber nicht von beiden Seiten, oder? Was ist denn das jetzt hier wie ein Jetzt komme ich natürlich schon wieder mit Jetzt kann ich nicht mal so ein Squid hier Wann nicht töten Das gibt es ja nicht hier Am besten ist auch wie jetzt hier noch Das hier wäre perfekt Copyright Nee, komm, jetzt explodier hier im Wasser von mir raus Ja, komm Mach doch Hallo Ganz gerne, ja Komm, meine Items sind noch fahren, meine Items sind noch fahren Jetzt hab ich schon weg, jetzt hab ich schon weg Das ist jetzt hier Ich hab mich verwandelt, habe ich? Ja Also irgendwas ist hier Nicht so ganz, aber Nein Ach Gott Ach, die sind ja alle hier Oh Gott Ich werde uns wirklich angepüßt Das lief doch so gut Dieses Outro wurde Ihnen präsentiert von der Spachkopf GmbH Hö